Das war ja auch so ein Mittelklasse, ne? Das ist ja eigentlich ein Blichting. So. Krass, ah je. Ja, wie ich's hasse. Ah, ich hab mal ein Zielfernrohr wieder, Gott sei Dank. Ja, das ist echt ganz gut. Hm. Wow. Alter, der hält aber echt was aus, ne? Ja. Ja, jetzt brennt die Hütte hier. Da kommt er jetzt nicht durch. Mal gucken, ob ich hier am Rand vorbei kann. Oder links, genau, ja. Ich hab immer Angst, dass die ausbrechen. Ja. Oh, der hast es aber richtig gegeben. Ah, da hinten. Muss hier irgendwo sein. Hier gibt's auch Hühner. Oh. Boop, 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 boop. So, lösen wir mal das Rätsel. So, gelöst. Wo geht's denn weiter, hier? Ah, hier. Ist das selbe Level, den wir vorhin auch hatten? Nur in, äh, dunkel? Ich bin mir nicht sicher, das kann schon sein. Diese Stelle kommt mir so bekannt vor, hier, wo wir da eben gerade runtergekrochen sind. Hier lang, oder? Ah, hier lang, hier lang. Hier lang. Ja. Oh, Alter. Was war das denn? So ein Fass. Das war aber ein Fass aufgemacht, hier. Oh, jetzt war er weggeplumpst. Oh, oh, hinter uns. Oh, nein. Aua. Ich bin voll verfehlt, oh. Jetzt aber. Alter, das war auch geil. Der kommt auf dich zugelaufen, zack. Gleich in die Fresse. Ja, aber im richtigen Leben. Ja, auf jeden Fall. Oh, die klingt aber morsch, die Brücke hier. Die ist noch gut. Ja, die geht noch, ne? Für ein paar Meter hält die noch. Ja, ich habe auch gedacht, das wäre näher dran. Oh, geh aus dem Wasser raus. Oh, schnell hier rüberhüpfen und zack. Oh, hier vorne. Wieder Gewitter, sehr schön. Das heißt, dass die Gegner immer Nähe sind? Irgendwie mal, wenn es gewittert hat, gab es Gegner. Okay. Ich weiß es nicht, ich habe so den Eindruck. Ja, es kann sein. Auf jeden Fall bewegt sich am Ufer ein bisschen was. Ach, die Mütten wieder. Jo. Ja, rechts ballert irgendwer, ne? Ach, das ist gleich unten. Unter dem Tunnel hier. Ja, hier. Ach, das ist schon gelöst. Sehr gut. Ja. Bis ich da aus dem Knick komme, ne? So, müssen wir in die Richtung. Okay. Wieder durchs Wasser hier. Ja, wenn man sich vorstellt, so ein Spiel... Oh, Alter. Boah, schnell weg. So ein Game mit einer richtig geilen Story, ja. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. So, kann man hier rein in die Hütte? Mal gucken, ob hier Munition ist. Nee. Okay. So, wo muss man lang? Ist schräg rüber, ne? Ich glaube, ja. Ja. Ach, herrlich. Ja, da waren wir vorhin. Pitching Crematorium. Hinter der Hütte, ne? Mhm. Oh, oh. Oh, da kommt irgendwas. Oh. Ja, gleich weggeballert. Geht gefallen. Ja. So, 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 so. Mal gucken, dass wir hier schon dran vorbeigelaufen sind. Nee. Geradeaus. Ist ja echt weit weg, ne? Ja. Ich glaube, ich meide das Wasser mal ein bisschen. Ja, hier ist ja auch wirklich diesmal was drin. Ja. Oh nein, das ist ja so eine Mutti hier. Ja. Ist immer geil, wenn ich schieße und du ballerst die weg und dann denke ich immer, ja, ich habe getroffen, ne? Dann, oh nee, doch nicht. Das kann doch sein, dass du das. Ich weiß auch immer nicht, wann die umfallen. Hm. Die Schlingel. Oh nein. Vorsicht, da ist so ein Brenn da. Alter, der Boden. Oh, jetzt ist ja Ruhe. Ist sie weg, ne? Ja. Hat sie auch im Boden gelegt zum Schlafen. So, drücken wir mal R für nachladen. Ah, hier. Okay. Mal gucken, wie wir hier reinkommen. Oh, kann das... Links war irgendwie... Hm. So, da ist es. Hier gibt es Munition übrigens. Ah, super. Prima. Ich zündel mal ein bisschen. Ja. Oh, hat aber nicht viel gebracht. So, Knarre. Mensch, fall endlich um da. Das gibt es doch gar nicht. Oh, jetzt ist er. Alter. Oder? Ja. Hat aber gedauert, ja. Das sah denn so verschleiert aus hier. Oh, hier habe ich gerade einen Kopf gestoßen am Mikro. Das ist auch eine Kunst. Komm, nachladen hier. Super. Alter, das sieht ja geil aus, ey. Da hinten der Mond. Dann dieser Engel als Statue. Vorsicht. Duck dich. Da hinten ist einer. So, ich ballere in die Richtung. Okay. Der hat gerade hochgeguckt. Da ist die Richtung. Da müssen wir aufpassen. Nicht, dass er hier uns umläuft. Ist das ein Gegner oder was? Ja, ja. Ich dachte, es wäre... Ne, der kam gerade mit seinem Gewehr da irgendwie angelaufen. Wo ist er jetzt? Ich weiß nicht, Alter. Okay. Entweder wartet er. Warte mal. Ah, siehst du? Aua. Aua. Ich wurde abgeknallt. Von wo kommt er denn? Ich weiß es nicht. Ich wurde einfach nur abgeknallt. Scheiße, ich auch. Alter. Aber siehst du, ich habe es geahnt, ey. Scheiße, naja.